Hallo, liebe Kölner Schimmelfamilie. Ich lese gerade im Big Book, mit dem Chemnitz den Kulturhauptstadt-Titel erreicht hat. Sehr interessant. Und wir freuen uns riesig als Tanzschule und bereiten uns in dieser Lockdown-Phase schon mal darauf vor. Wer kennt schon alle Fahnen der Länder? Außer Eigung vielleicht. Oder wer weiß, was die zwölf Sterne in unserer EU-Fahne bedeuten? Das war übrigens mein Traschungskostüm Ende der 90er Jahre. Traurig, dass ich es nochmal brauche. Alles Gute und hoffentlich bis bald!